So, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 64.300 US-Dollar. Wir haben unser technisches Preisziel von gestern sehr, sehr gut erreicht. Wir sind auf 62.200 US-Dollar runtergefallen. Wir haben die Tiefpunkte hier von Mitte Juli getroffen, sind aber nicht drunter gewesen bzw. haben kein Close darunter gesehen. Daraufhin gab es dann diesen massiven, in Anführungszeichen, massiven Pump, ihr wisst, was ich meine, in Richtung 65.600 US-Dollar. Die Ineffizienz nach oben hin ist noch nicht ganz geschlossen. Könnte nochmal eine kleine Chance geben, aber ich sag mal so, unser Ziel von gestern wurde erst einmal erreicht. Wie es uns weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, Gold, DAX etc. alles reinschauen, weil sich da doch einiges getan hat. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, wie immer, gerne dem Video ein Like da lassen, gerne den Kanal schon mal abonnieren, die Glocke draufdrücken, damit ihr eine Benachrichtigung kriegt, wenn das neue Video rauskommt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mich auch noch unterstützen wollt bzw. den Kanal hier unterstützen wollt, dann gerne auch bei meinem Partner BingX anmelden. Dort könnt ihr natürlich auch traden und alle Spot kaufen, was ich euch hier so auf diesem Kanal so zeige. Link dazu, Videobeschreibung und wie gesagt, immer gerne am Gewinnspiel teilnehmen. So, jetzt aber genug geschwafelt. 64.300 US-Dollar bei Bitcoin. Wie gesagt, wer sich gestern dran erinnern kann, war die Idee hier an unseren Pivot hier unten long zu gehen. Dann mit Stop-Loss auf jeden Fall hier. Ne, wir hatten sogar 61.400 US-Dollar als Stop-Loss. Gut, der hat auf jeden Fall gehalten. Wer da rein ist, zwei Take-Profits bitte nehmen. Beziehungsweise sollte man schon genommen haben, weil die Reaktion wirklich, wirklich stark war aus diesem Tiefpunkt. Wenn wir uns das mal angucken, wir waren in der Spitze dann mal 5,5% nach oben. Natürlich, jetzt wieder leichterer Abverkauf, ist jetzt aber alles nicht so dramatisch. Wir ziehen uns aber trotzdem erst einmal ganz kurz das FIP-Level von unserem Zwischentop bis zu unserem Tief. Da sehen wir, okay, wir sind hier am Golden Pocket erst einmal rejected worden. Wir hatten einen 1-Stunden-Close. Jetzt gehen wir mal noch in den 4-Stunden-Time-Film. Da sehen wir, wir hatten auch eigentlich theoretisch einen 4-Stunden-Close darüber. Zwar nur knapp, aber kann man durchgehen lassen, dass wir hier erst mal das Golden Pocket durchbrochen haben. Also erster Step war schon mal relativ gut. Jetzt dann eben dieser Rücksetzer in den frühen Morgenstunden bis auf knapp 63.600 US-Dollar. Und hier checken wir jetzt auch gleich nochmal gegen. Wir ziehen das FIP-Level von unserem Tief zu unserem Zwischenhoch, wo wir heute Nacht dann gebildet haben. Da sehen wir auch, okay, kurz vorm Golden Pocket sind wir hier erst einmal stehen geblieben. Mit einem doch etwas größeren WIG von 64.300 US-Dollar bis 63.600 US-Dollar. Also es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn wir diesen Preisbereich hier nochmal antesten in Richtung Golden Pocket. Hier zumindest mal die Ineffizienz füllen oder sogar bis runter auf 63.200 US-Dollar gehen. Das ist so die Range für diesen nächsten Long-Bereich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil hier eben das Golden Pocket liegt, hier liegt die Ineffizienz, hier liegt eine schöne Demandzone. Bis ungefähr, wenn wir uns das mal angucken, auf einen 1-Stunden-Timeframe bei 62.900 US-Dollar. Und dann brauchen wir ein neues Hoch mit Bestätigung, damit wir hier wirklich erstmal von einem vorläufigen Boden sprechen könnten oder können. Nachhaltig ist es für mich, wie gesagt, weiter nicht. Ich gehe immer noch davon aus 48, 52 K, aber das ist immer noch so, ja, ein bisschen weiter in die Ferne gesehen. Warten wir erstmal mal ab. Das ist jetzt erstmal kurzfristig. Die grüne Linie können wir wegmachen, die können wir aber jetzt im Endeffekt gleich dafür nutzen, dass wir sagen, okay, wir ziehen uns hier mal jetzt diese Demandzone. Das ist die Demandzone, hier ist das Golden Pocket für alle, die neu auf dem Kanal sind. 4-Stunden-Chart hat im Endeffekt das Gleiche mit eben dieser Ineffizienz hier in diesem Preisbereich. Also es wäre Best-Case-Szenario, hier nochmal runter zu gehen und dann von hier aus wirklich versuchen, eine kleine Rallye zu starten. Problem an der ganzen Sache ist, wir haben jetzt das Wochenende, was auf uns zukommt. Wochenende in den Trades reinzugehen, immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Wer drin ist, ich bin auch drin momentan in dem Trade, lässt ihn einfach offen. Stop-Loss-Entry und fertig ist das Ding. Ansonsten, wer da noch rein möchte, das ist die Chance. Dann aber muss Stop-Loss technisch hier wieder unter diese gelbe Linie gelegt werden. Risk, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, ihr könnt hier eigentlich mit zwei Entries arbeiten. Das heißt, erster Entry 63.5. Dann würde ich hier vielleicht nochmal Richtung 62.8 so reingehen, dass man so einen Risk von 1,5, 1,6 Prozent hat. Weil das Risiko, oder was ich ja gestern damit sagen wollte, die 62.200 US-Tolle sind deshalb so wichtig, weil wir danach, oder beziehungsweise davor, diesen exponentiellen Anstieg hatten von 60k, beziehungsweise 59k auf knapp 62.2 und hier in dieser Range überhaupt kein Volumen ist. Das heißt, da war eigentlich gestern so ein bisschen die letzte Chance, hier noch Volumen reinzukriegen. Ihr seht es hier unten, volumentechnisch, da war die letzte Candle und danach ging es eigentlich nur noch mit sehr, sehr wenig Volumen immer wieder aufwärts und seitwärts. Also richtig Bullish ist das Ganze trotzdem für mich, meiner Meinung nach, nicht wirklich. Aber gut, man muss das Beste daraus machen und momentan sieht es gut aus. Also das ist der Plan für heute, nochmal runter, 4 Stunden die Mahnzone, äh 1 Stunden die Mahnzone, Golden Pocket, das muss halten. Daraufhin muss ein höheres Hochkommen, Ineffizienz zumindest mal füllen, dann das letzte Hoch bestätigen und dann können wir nächste Woche möglicherweise weitergucken. Wie sieht es bei Ethereum auf? Da muss ich eblicherweise sagen, bin ich nicht in den Trade rein, weil ich mich gestern mehr Fokus auf Bitcoin konzentriert habe. Aber im Endeffekt das gleiche Spiel. Wir haben hier ein tieferes Tief bekommen, wir haben unsere Bullish Divergence bekommen, wir haben eine Erholung gesehen. Auch hier zumindest auf 1-Stunden-Sicht und wir schauen auch mal hier auf den 4-Stunden-Timefilm. Höheres Hoch wurde hier verfehlt, Pivot Close, also Monats Close, direkt der Pivot wurde getestet. Aber von unten nicht wirklich bullisches Zeichen. Bei Bitcoin nochmal zum Vergleich, hier hatten wir den Pivot von oben getestet. Das heißt, als Support bei Ethereum als Widerstand. Das heißt, hier ein bisschen vorsichtiger, könnte sich aber trotzdem noch im Laufe des Tages nochmal eine kleine Long Chance geben. Dann aber eher so in dem Bereich der 3040 US-Dollar. Aber wie gesagt, das ist kein Muss, wäre Wunschszenario, dass wir hier nochmal runtergehen und dann mit Schwung hier ein höheres Hoch rauskriegen. An sich hat es das erste Mal gepasst, das können wir mal wegmachen, das ist schon alt, hat es das Mal gepasst mit der Bullish Divergence. Aber mit dem Pivot-Test von unten bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht so akkord mit. Da wäre es sogar besser, wenn wir nochmal ein bisschen tiefer gehen und ein bisschen Liquidität abgreifen. Ansonsten der ganze Altcoin-Markt, relative Minus, wieder weit oder weiterhin gute Akkumulationszeiten, muss man schon ehrlicherweise dazu sagen. Zumindest bei manchen Altcoins jetzt nicht All-In hier Altcoins kaufen, aber bei manchen kann es sich schon ordentlich lohnen. Und guckt zum Beispiel mal auf Link, Matic, Polkadot und sowas. Das sind alles so kleine Dinge, wo man immer mal explizit immer mal ein bisschen nachkaufen könnte. So, gehen wir rüber zu Gold. Gold hat die Short-Position abgeholt, da sind wir jetzt aber immer noch ziemlich auf Entry. Das heißt, hier brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen, darüber haben wir gestern schon ausführlich gesprochen. Ich wollte hier dieses Doppeltop haben, beziehungsweise diese Bearish Divergence, die haben wir bekommen. Sinkendes Volumen sieht eigentlich gut aus, außer wir kriegen heute noch irgendwelche eskalierende News aus Nahost oder sowas. Dann würde es natürlich komplett in die Hose gehen. An sich aber Short-Position läuft hier auch. Wer da noch nicht drin ist, hat jetzt immer noch den gleichen Entry wie ich. Aber passt ganz gut. Wie gesagt, das war gestern der Plan. Bearish Divergence, Doppeltop, Liquidität abgreifend, das hat der Markt gemacht. Beziehungsweise haben wir für alle, die jetzt immer noch warten wollen, haben wir hier oben nochmal die Chance bei 2462. Hier wäre nochmal die Möglichkeit, weil wir doch mit sehr, sehr viel Abverkaufsvolumen hier im 1-Stunden-Chart zu rechnen hatten. Das wäre nochmal letzte Möglichkeit, ansonsten ich bin drin und jetzt heißt es erst einmal abwarten. DAX gestern auch, ist aber momentan hier beim DAX, muss man ehrlicherweise sagen, mehr Range Trading. Also was wir hier momentan sehen, wir sind in unserer Short-Position, daran hat sich nichts geändert. Die, wo hier oben aufgemacht wurde, aber es geht langsam aber sicher bergab, wenn wir uns das mal angucken. Wir haben hier aber trotzdem eine kleine Range-Bildung oder eine etwas größere Range-Bildung, die sich hier ergibt. Das heißt, zwei Tech Profits sind hier weiterhin drinnen. Den Rest würde ich jetzt erst einmal abwarten und schauen wir, was der Markt dann nächste Woche so bringt. Was haben wir noch? Ein Euro gegenüber dem US-Dollar. Schauen wir uns auch mal an. Hier Ziel jetzt so ziemlich klipp und klar, ist fast erreicht. Pivot hat sich natürlich jetzt geändert. Neuer Monat, neuer Pivot, der würde jetzt bei 1,071 Euro liegen. Also Ziel wäre jetzt meiner Meinung nach für den dritten Take Profit, wäre aber der alte Pivot. Danach orientiere ich mich jetzt ehrlich gesagt, weil hier drüben haben wir nämlich dann im Endeffekt auch diese ganzen Überschneidungen, was die Mahnzone, also das heißt Supportzone anbelangt. Und danach würde ich mich jetzt erst einmal richten für den heutigen Tag. Ansonsten gibt es hier auch wenig zu besprechen. Und was man auch noch sagen muss, beziehungsweise, was wir uns noch ganz kurz angucken, ist der S&P 500, weil der hat perfekt gesessen. Nachdem wir hier vorgestern, besser gesagt, hier das Gap gefüllt haben, die Hochpunkte nochmal abgegriffen haben, perfekt nach unten. Auch hier, wie Bitcoin, den Pivot auf Manfredi-Sicht erst einmal schön hier getestet. Sieht gut aus. Ob wir tiefer gehen, ich glaube es ehrlich gesagt heute im Laufe des Tages noch nicht. Aber man muss schon sagen, seit wir hier aus unserem Kanal ausgebrochen sind, also aus unserem Rising Wedge, ging es wirklich nur nach unten. Schade, dass wir damals hier diesen Entry nicht bekommen haben, aber dieser sitzt dafür umso besser. Schöner Abverkauf, wenn wir uns das prozentual auch nochmal ganz kurz angucken, aus dieser Box heraus. Erstmal 3% nach unten hin, das sitzt. Wenn wir jetzt Best Case, muss man ehrlicherweise sagen, wäre jetzt heute eine Erholung, hier hoch oder jetzt nicht unbedingt heute, aber Richtung 5500 Punkte und dann setzt sich das Ganze einfach weiter fort. Das wäre jetzt so das Wunschszenario. Schauen wir mal, was im Endeffekt jetzt die nächsten Stunden noch passiert. Aber das jetzt erst einmal so der grobe Plan. Ansonsten gibt es wenig momentan zu bereden. Wir schauen nochmal ganz kurz auf diesen Volatilitätsindex, der hier wieder oben kratzt, jetzt innerhalb von ein paar Tagen das zweite Mal. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Wir versuchen hier nämlich gerade ein Breakout, aber ich glaube nicht mehr diese Woche. Könnte vielleicht jetzt über das Wochenende, Wochenende ein bisschen bearish in News. Was meint ihr? Warten wir es einfach mal ab. Ansonsten würde ich sagen, war es das für das heutige Video. Wir hören uns dann denke ich mal morgen wieder, wenn genug Bewegung natürlich da ist. Aber das ist Wochenende absolut still langweilig, dann nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, BingX anmelden und dann wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen und ja, bis morgen dann. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.